ja und fliegen ein um Klima normal folgten euch zu und das ist nun folgt Prozent und das brauche ich mögliche Mutationen nichts das ist schön Nein! Puh, hab ich mich erschreckt! Erschreckt? Erschrocken. Erpimmelt. Oh boah, Tim ey! Ich dachte, was geht denn jetzt ab, ey? Leck mich mal fett am Arsch! Das hat sich ja angehört, wie... Was will ich was? Als wenn Elefanten diest! Ja! Tim ist auch ein so geil, so ein Elefant. Nee, das ist er nicht. Tim wiegt da keine 8 Tonnen. Doch. Ich hab mich noch genau dran als Booty, der die ganze Zeit gelabert hat. Ja, Tim, du Elefant. Ey, Tim, du Elefant. Oh, scheiße! Was? Oh, fuck! Das ist krimpendig! Möchte... Möchte ich es wissen? Was ist denn passiert? Ich möchte es doch wissen. Ich möchte es doch wissen. Ihr habt jetzt aber nicht unsere Alleskiste gesprengt. Doch! Wollt ihr mich verarschen? Ja! Ich... Gut! Jetzt hat ich dir alles gekochen! Komm einmal hilf einfach mal! Och man! Tim... Ist die wirklich weg? Nein! Gut. Nein, nein, die ist noch da, aber ich hatte Glück, Alter. Ich hatte richtig Glück, dass die noch da ist, Alter. Wir brauchen echt eine Obsidian-Kiste. Bei Tims Glück. Ich habe gerade so Alumentum gefunden, hatte keine Ahnung, was das macht. Das sah so aus wie das Nitor-Licht, ne. Ich dachte, das war halt was zum Hinhängen, wollte es da an die Wand hängen und dann ist erst mal die Wand explodiert. Warum war das jetzt hier genau, Weckkicker? Hier, hier, guck dahinten. Wo? Hier! Leil, ich muss mich, glaube ich, willocken. Bist du behindert? What the fuck? Das dachte ich mir auch. Warte mal, ich versuche es jetzt auch mal aus. Nein! Ich bring dich um. Er guckt sich ja erstmal draußen um. Warum soll er nicht draußen umgucken? Er hat sich gerade umgeguckt, Alter. Jetzt haben wir natürlich kein rohes Eichenholz mehr, das ist natürlich super. Ja, du machst das schon, ne. Ach, du hast noch. Okay, Tim, ich brauche noch ein Holz. Ein rohes Holz. Geht ihr das auch? Ich habe meinen Genick gebrochen. Ne, doch, das brauche ich auch. Ich habe es nicht aufgenommen. Das ist wieder da unten. Ich brauche noch ein rohes Holz. Für hier. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie viel Samen ich brauche, damit ich ein Samenkernöl kriege. Wahnsinn. Dann produzier doch mal Samen. Alter, ich dachte einfach wirklich, das wäre so ein stinknormales Gedöns, ne. Und dann explodiert einfach die Wand. Echt mal. Echt mal. Echt mal. Voll geil, Alter. Äh, Pilze können ja auch auf Mycelium wachsen, oder? Äh, ja. Boah, boah, zum Mycelium. Er kann nicht produzieren. Wie? Brauch ein bisschen was. Das war voll geil, Alter. Ich brauche. Super geil. Ja, auf einmal. Ja, auf einmal. Ich dachte, das könnte man halt so an die Wand hängen, wie das ganz normale Nitor. Ich dachte, das wäre einfach nur so ein Licht in einer anderen Farbe. Und ich würde auf einmal denken, so, ja, ich hänge das an die Wand, sieht bestimmt schön aus. Und dann macht's Peng. Und dann macht's Peng, Alter. Alter. Hab ich einen Schrecken. Hinter mir. Ja, ganz verständlich. Pass auf. Bist nur du, Florian. Ich brauche keinen. Ja. Binterliche Prinzessin. Und ne... Creeper! Und ne Creeper? Ja. Okay, wo ist der denn? Ähm, papfere Prinzessin. Dann machen weg Tim. Ja, ja, ist schon tot. Waldige Drohne, what the fuck? Drei Königin. Ohne Prinzessin, Prinzessin, Prinzessin. Da, ich hab einen fertig. Ein Leviator. Schön. Da hast du nochmal einen Creeper. Wie funktionieren die denn, damit ich weiß, wo ich sie hinbaue? Äh, ja, kommt drauf. Warte, sag mir, wo du sie hin willst. Ja, warte, ich mach sofort. Weil ich weiß nicht, wie man die abbaut, ne? Ja, das kann ich mir schon fast denken. Warte, ich gucke einfach kurz in den Singleplayer. Okay. Du musst einfach platzieren und da darfst du hochfliegen. Äh, ja, warte. Okay. Wir brauchen keinen Leviator. Und, äh, ich hab einfach meine Damage-Spitzhacke. Jetzt brauche ich noch mal ein Wabel, verdammt. Verdammt. Ja, verdammt. Ja, die kann man mit einer Diahacke abbauen. Wunderschön. So. Okay. So, wo willst du's hin? Haben? Ähm. Ich hätte gerne einmal... Ich hab, ich hab jetzt halt nur einen, ne? Ja, ich hätte gerne einmal hier einen. Warte, geht er weg. Äh, ich baue den Boden aber. Ja. Okay. Der ist voll stark. Warte mal, ich gucke mal, ob er aussteigen könnte, theoretisch. Und wie kommt man runter? Äh, gar nicht. Ah, okay. Dann müssen wir daneben noch was bauen. Aber nicht da daneben. Weil das ist dann hier, das ist dann falsch. Moment. Ja, warte. Auf der anderen Seite daneben. Ja, stimmt. Huch. Also hier. Also, ne, runter lässt er dich nicht mehr. Okay. Warte, wir könnten... Wir könnten den für ganz hoch benutzen und den anderen für... runter. Also, einen für hier. Also, äh, dann lassen wir bei dem... Oder warte. Warte, warte mal, warte mal. Ich hab grad ne Idee bekommen. Und dann machen wir hier bis ins zweite Stockwerk. Also, die sind schon chillig, ne? Ja. Mhm. So. So. Mach ich das Ding erstmal kaputt. Es looks unpotential. Ja, wie ihr... So. eine waldige Prinzessin, eine waldige Drohung. Nacht ist, können die nicht arbeiten. Wixer sind. Und es ist mal drauf. aber ich habe keine heutige nun mal an Prozent 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 jetzt nicht cool Aktien, okay, das... Wie weit bist du denn? Wie weit bist du denn? Wie weit bist du denn? Was denn? Wie weit bist du denn jetzt schon mit dem Keller, Daniel? Ich bin dann gar nicht fertig. Schäftige, ich brauche einen Zauberstab von Tim. Hä, warum? Wofür gibt's Schaufeln und Spitzhacken? Alter, ich bin nicht altmodisch, du Wichser. Na und? Ich habe jetzt auch was anderes zu tun. Mir ist sowas von scheißegal. Ja, mir ist auch scheißegal, ob du einen hast oder nicht. Dann kann ich den Keller nicht weitermachen. Ja, ist mir egal. Ja, Florian aber nicht. Jo, mir nicht. Ja, dann soll Florian einfach mit was. Ja, genau, weil ich das auch zaubert habe und so. Ja. Das ist Tims Aufgabe. Nix. Lol. Fakt, wie viel Lux brauch ich da? Okay. Gut, hat geklappt. Pipette. Wir können jetzt theoretisch noch einen zweiten machen. Äh, ja, dann mach doch. Genau, mir fehlen, glaube ich, noch zwei Sachen dafür. Könntest du mir die bringen? Was brauchst du denn? Ähm, äh, Windchart und ein Erdchart. Ja genau, äh, Flur 2, wozu ich den extra zum brauche. Und, warte, 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 warte. Wenn ich ganz viele Sterling-Motore machen kann. Ähm, mir fehl, ich sag dir, was mir fehlt. Das hab ich, 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 das hab ich. Scheiße, wir brauchen einfach Scheiße. Äh, ich brauch noch zwei Boote. Also was brauchst du für Charts? Äh, Air und Earth. Wie viele? Äh, eine. Von beiden, jeweils. Okay. Und zwei Boote. Zwei Boote. Acht Erde. Acht Erde. Ne, Erde hab ich, Erde hab ich, Erde hab ich. Erde, hast du. Das hab ich, dann fehlt mir jetzt nur noch. Warte, ich guck eben. Zwei Boote halt. Ja. Boote hab ich. Und ich muss gucken, ob ich Federn hab. Äh, Federn hab ich auch. Also nur noch zwei Boote und halt die zwei Charts. Okay. Bin on the way. Hallo. Hallo. Bei Florian kann ich schon langsam anfangen, so ein bisschen umzuziehen. Äh, ja ich hab die Raumeinteilung noch nicht gemacht. Also nein. Ich würde jetzt geben gerne hier nochmal ein bisschen um. Wir brauchen, wir brauchen, Tim. Wir hätten den hier in den Keller setzen sollen. Den Elevator. Warum denn was ist passiert? Ja. Wir haben den, wir haben den nicht in den Keller gesetzt. Wir haben voll die Tür. Und was? Kann man. Ja mach. Ich hab ne Diabandspitzhacke dabei. Soll ich die mit denen abdauen? Piss dich. Probieren geht lieber studieren. Oder? Ne, ich hab nachgeguckt. Den kannst du abdauen. Okay. Mit was? Daniel. Achso, okay. Achso, du machst mal den Stab, oder? Total. Ja gut, ich hör auf. Ja, Tim. Jetzt kommen wir aber nicht mehr ins obere Stockwerk mit dem. Okay. Jetzt haben wir einen bis in den zweiten Stock. Und der daneben kommt ins obere Stockwerk. Okay? Weißt du, was ich gern wissen würde? Der kommt dann hierher. Ne, macht er nicht. Bord immer ab. So. Ich hab jetzt, so. Bord immer da ganz oben ab, Flo. Ich hab auch ganz oben eingesetzt, wenn ich was gucken wollte. Okay. Das braucht ein bisschen mit abbauen. Tim kannst du's bitte in den Stab machen. Jetzt hör halt auf, immer in meinen Weg rein zu fliegen, Daniel. Ja, ich kann nix machen, weil Tim kann mir einen Stab machen. Hör auf, mir in den Weg rein zu fliegen. So. Oh, mein Jetpack ist alle. Jo. Dann setz das mal hier rein, Tim. Wo? Hier rein, guck, ja. Ja. Wo ich hergucke, hierher. Hierher. Wisst du? Hier, neben dir, da. Hier oben. Hier oben, nicht unten, oben. Ja, ja, ja. Wo ich bin. Genau. So. Und dann einmal bis nach ganz oben. So. Voll chillig, Alter. So schwer sind die gar nichts zu machen. Ne, sind sie auch nicht. So. So. So ein bisschen Marble und dann mach ich die Raumeinteilung. Ja, Daniel. Okay. Danke, ich liebe dich. Ja, ich dich auch. Die Macht kommt zu mir. Haha, die Macht wird mit dir sein. Deine Mutti wird auch mit dir sein, Alter. Oh ja. Oh ja. Immer doch. Ah. Du kannst mal wieder die Kiste ausräumen, Flo. Ja, Tim. Ja, Tim. Ich hab grad Besseres zu tun. Wolltest du was sagen? Tim. Wollte nur Bescheid sagen. Ah, ne. Wispi. Das ist vollständig, das Ding. Arbeiten da jetzt ist es noch. Du wolltest Garten haben, ne, Daniel? Ja, für die Bienen. Ja, ja. Aber dann muss ich quer durch alle Biome dann wahrscheinlich auch Sachen machen. Oder ich probier's erstmal aus. Haben wir irgendwo Kakteen? Ähm, dass ich jetzt wüsste. Eben in der Wüste. Da muss ich noch ein Mess-Rubicator abschließen.